4-4-3-5-7 Ja, 4-3-5-7, sprechen Sie. Schluss für heute. Behalten Sie den Rest. Danke, Sir. Ich fahr zur Zentrale. Aber ich brauche Taxis am Lincoln Center, die Opa ist gleich aus. Ach, die Opa kann mich mal, ich hab einen langen... Hey! Halt, bitte! Gehen Sie sofort aus dem Weg! Was ist mit Ihnen los? Wollen Sie überfahren werden, oder was? Ich muss schnell zur Greensboro Bridge. Nehmen Sie ein anderes Taxi, ich bin außer... Hey! Hey, was machen Sie denn? Das ist ein Notfall. Hören Sie, es ist immer ein Notfall. Erzählen Sie mal was, das ich noch nicht kenne. Ich bin ein Engel, gesandt von Gott, und wenn Sie mich nicht fahren, haben Sie sich vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu verantworten. Okay, Sie sind durchgeknallt. Sind Sie bereit, das als bewiesen zu betrachten? 50 Mäuse sagen Nein. 4-3-5-7, ich mach noch eine Fahrt. Hey, Schäppchen, Sie schulden Sie 27 Dollar. Kommen Sie rein! Nehmen Sie Gas! Los, los, los! Das ist mal wieder einer dieser Tage. Ich glaube nicht, dass sie schon mal einen dieser Tage hatte. Heute hat sie aber einen. Ich muss jetzt los. Gibst du ihr einen Vorsprung, Andrew? Jedenfalls keinen großen. Sind Sie verrückt geworden? Das nennt man eine Führung. Ich werde den Polizeianruf machen. Das geht ja nicht. Sie haben ein Handy kaputt gemacht. Sie da vorn. Fahren Sie zum nächsten Polizeirevier. Wir können nicht anhalten. Wir können auch nicht langsamer fahren. Wir müssen um 10 auf der Greensboro Bridge sein. Warum nicht? Wenn wir es nicht schaffen, wird jemand sterben. Wenn du über die Straße gehen, wird jemand sterben. Wenn du über die Straße gehen, wird jemand sterben. Und wenn du über die Straße gehen, wird jemand sterben. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Bis der Sonne nicht schreien. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Ich sage dir, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Können wir nicht schneller fahren? Sie wollen schneller dort sein? Sie sind ein Engel. Warum fliegen Sie nicht? Das ist nicht so einfach. Meine Fähigkeiten wurden heute schwer in Mitleidenschaft gezogen. Verstehe. Sie sagen, jemand ist auf der Brücke und wird sterben. Sind Sie vielleicht der Todesengel? Dann l Zoe Agüter. Tür ST Bugher. Ist doch ganz gut. Sind Sie lighthouse haben. Vielen Dank.